Hey Leute, ich bin's mal wieder. Ein schönes Wochenende gehabt? Ich hoffe es doch. Also, Vertreter aufgepasst, guckt in eure Schränke. Die Gespenster warten. Müde kehrt der Vertreter von seiner Geschäftsreise heim. Aufgeregt begrüßt ihn sein Sohn mit der Nachricht, im Kleiderschrank sei ein Gespenst. Die Ehefrau hört's verlegen. Der müde Vater erklärt, ach was, Gespenster gibt's nicht. Aber der Kleine lässt nicht locker. Der Vater geht achselzucken zum Schrank, öffnet ihn und vor ihm steht sein bester Freund, ziemlich dürftig bekleidet. Verblüfft starrt der Vertreter ihn an und sagt dann schließlich, nun sind wir schon so viele Jahre befreundet. Du isst bei uns, du gehst bei uns ein und aus und eine gute Stellung hab ich dir auch verschärft. Was machst du, Knirch, zum Dank? Stellst dich in den Schrank und erschreckst meinen Sohn.